Hallo Leute, herzlich willkommen bei Reddit 6 Single Player. Mit mir ist dabei Maike, Eppelin, Max und Juggies. Könnt ihr euch begrüßen, wenn ihr wollt? Ich kreier mich an! Ich kreier mich an! Also... Ich weiß, ich habe Fehler gesagt bei Aussprächen, aber Solos muss ihr ja nicht machen. Ich meine langsam. Das fängt ja schon mal gut an hier. Ja, so. 1 von 2 sind bei 5, WTF? Tür zu! Boah, ey, jetzt muss ich erst mal wieder reinkommen. Kinders, kommt mal her! So, haben wir das umzusetzen? Ich habe Rüstung hingelegt, ich habe Rüstung hingelegt. Ja, nehme ich mir. Dann nehmen sie. Ja, Sebi, du kriegst keine! Finger weg! Ja, ja, ja! Ich habe auch gesagt. Nur er hat sehr laut gelacht. Und ich stelle hier meinen Rattatatat auf. So, die Tür ist auf. Deiner Rattatatat. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Wir laufen noch in den Schuss. da wird scharf geschossen hier sind die leute oh mein gott ich bin runter geflogen der kommt hier jetzt vor der mit im zielon kannst du markieren was von der tür hier ist der wo ist der auffüllung aber ich kann euch auch heilen ja jogi du mit der maut ach ja du hast auch noch begrenzt so nachladen welcher hier wir in forsten hallo alles zu machen gar nichts mehr jetzt kommen die jetzt oder was wie war das jetzt ich beide wäre hier könnt auch ratatatat ratatatat hier mit der magnum rein ich suche nach feinden magazin wechsel leider noch sechs feinde noch wie der mark da den alter blablablablablablablablablablablablablabla schildschweig halt drauf wo vor der tür noch mal ein schild, noch mal ein schild, noch mal ein schild mehr gut gekommen wisst ihr da rein gelaufen krisch Qu bloomberg und ich gucke gleich mal Wer ist nochmal da, Doktor? Ich, hier. Pfeiler hast du eigentlich? Willst du mal einen haben? Ja, einen. Lade nach! Äh, was? Ich hab gar nichts gebracht jetzt. Ja, nee, das bringt auch nicht. Das könnte nur machen, wenn die Leute auf den Boden liegen. Ach so, wenn ich auf den Boden fliege. Ach so. So war das, ja. Ah, okay. Dann muss ich die erst niederschießen. Oh, ich hab das Team-Gedget zerstört. Ich hab noch ein bisschen Schutz. Okay. Okay. What the fuck? Ach, das bist du. Du bist hier im... Hör mal auf! Du bist im Weg. Hör mal auf! Ja, rennt vor! Renn jetzt! Granate! Ich hab den Schuld! Was? Der Jogi ist tot! Alter, wir hatten die Granate da geworfen. Ich weiß es nicht. Lol, die Geisel ist, äh, äh... Ja, wir hatten die Geisel wiederbelehen. Mach ich gerade mit dem Weg, das ist okay. Und man hat die Geisel da raus. Sturm! Die Geisel, die Operator wiederbelebt. Sehr schön. Äh... Ah! Drei Gegner übrig. Oh! Oh! Was kann ich denn da raus? Dein ist ein... ...und feindlichem Feuer getroffen. Alter, was? Ähm... Ja! Du wolltest das nicht! Sag ich weg! Du stimmst da halt! Ich kann mich verstärken. Ihr Feind formiert sich neu. Geisel, wie ihr belebt. So, wer lebt denn dort? Ach, Setti und ich! Gut, das kann ja heiter werden. Da! Da! Ja, du stammst mir im Weg! Ja, klar! Sebi, du guckst auf diese Tür, ich guck auf die Türen hier vorne. Okay. Fenster wird verstärkt! Hast du schon dein ganzes Ding verballert hier, oder was? Wirklicher Angriff. Egal, will er absichern. Ey, geh da ran! Sebi, ich guck hier. Du guckst da. Hallo! Hallo! Debi, mach mal das Ding da kaputt. Was? Das, wo an der Wand geklebt ist. Nein, mach das nicht kaputt! Nein! Hinter dir! Hinter dir! Da an der Wand! Da! Ach, das? Debi! Aber guck auf deine Seite! Gut. Da kommt jemand! Alter! Das ist Setti! Setti geht da weg, Mann! Weiß der, laden ab! Nein! Sebi! Was machst du? Mach keinen Scheiß! Ich guck hier nur vor mir! Lass, lass, lass drücken! wenn ich schüsse ich habe mich an geisel 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 ach tisch soll ja noch eine Welle eine Welle habt ihr doch ja das wird die schwerste Welle so Debbie jetzt kommt die schwerste Welle überhaupt und Sepp jetzt hier lesen und du hast hier lesen ein Streifschuss ist jetzt echt weg ja einmal berühren ich kümmere mich um die Tür eigentlich an jetzt kommt's ok jetzt kommt hier die Show schafft wir das oder schafft wir das nicht ich bette um das Euro nicht und jetzt Oigo sagt der Max das Video schafft uns nicht heute noch zwölf verbleibende Feinde ja sie wären der Max da nicht Mike die kommen bei dir ne und sie sind hinter dir sozusagen egal hinter mir ist der von uns ja aber trotzdem die haben wir auch Termin NAAAAA NAAAA 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 auch gar nix, Mann, ey. Ich habe das Ding auf dem Bild direkt angefasst. Ich hätte mein Ding eigentlich auch da hinterlegt. Die Exzession hätte mich getötet. Naja, das war die erste Folge, so alle Nehrtaste drücken. Bis später. Tschüss.